Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3! Ja, im letzten Part haben wir ziemlich viel gemeistert, würde ich sagen. Haben bisher, glaube ich, alles gelöst, oder? Ja. Bis auf die 10 natürlich, die wir gerade gesehen haben. Dann... Da ist noch ein Pilzhaus. Ja, und da geht es noch weit, weit, weit nach hinten. Aber da will ich jetzt nicht hin. Deswegen gehe ich gleich wieder noch zurück. Damit wir mit dem ersten Level von diesem Part beginnen können. Und zwar jetzt. Bitte nicht das, bitte nicht das. Oh. Ähm. Was war das? Findest du ein Level? Auf jeden Fall ein böses. Kann ich da rein? Nein. Kann ich da rein? Nein, einfach nicht. Ich will den Pilz! Stirb! Ja komm schon! Aha! Oh! Hehe! Okay. Das haben wir hier. Und... Tschüss... Switch... Okay. Und ich lasse mich doch tatsächlich noch treffen. Wie doof muss man sein. Na ja, dann können wir hier ganz viele Sachen nicht mehr aufmachen. Und ich finde das gerade sehr schade, denn da gibt es viel zu holen. Na komm her! Ja, du auf! Und weg! Und weg! Ja, letztes Mal haben nämlich auch viele über Essen geredet. Aber das werden wir glaube es heute sein lassen. Wo muss ich da hinspringen? Ah! Denn... Ich habe gegessen... ... 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 Die Leute wollen nicht vom Essen reden, sondern mal schauen, wie es sich so ergibt vor meinem zukünftigen Tode. Ja, ich bin froh, dass ich nur Mario sterbe. Ich wollte nur demonstrieren, dass ich lieber mein Mario sterbe als in echt. Denn das wäre ja schade, dann würde es keine Let's Plays mehr von mir geben. Ob ihr das lieber habt, das weiss ich natürlich nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Sonst schreibt es mir doch in die Kommentare, wenn ihr das Gefühl habt. Jan ist ein Noob und der muss sterben. Er ist nicht für das Let's Playing gemacht. Sonst, wenn ihr anders denkt, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Wie fies war das denn? Okay. Es geht mir auf den Zack. Ah, Leute. Ah, Mensch. Oh je. Was haben wir hier? Ich würde sagen, ich versuche es mal nur mit dem Pilz. Und wenn ich jetzt wirklich nur tausendmal sterbe, dann nehme ich das. Ja, das hier ist echt gemein, muss ich sagen. Geh weg. Ja, 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 ja. Und weiter. Ja, Leute. Geh, da muss ich jetzt zurückrennen. Oh, meine Nerven hier wieder. Und stellen uns da hin. Dann kommen keine gespensterischen. Es kommt sicher. Ja, und ich bin mir sicher, dass ich das hier nicht überleben werde. Leute, komm her. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Ja, holen wir uns vielleicht noch ein paar Items. Mit dem hier gerade sehr gut gefallen. Wo war der denn? Da auf jeden Fall nicht. Was haben wir hier? Leute, wo war die? Bitte hier. Nein. Wie doof muss man denn sein? Okay, Leute. Vertraue ich mich das? Ohne etwas? Ja, ich muss. Dann. Auf geht's. Ja, etwa der gleiche Spruch wie immer. Ich kann es leider nicht übersetzen. Tut mir leid. Irgendwens davon findet ein Substab wahrscheinlich. Und dann kann man zurück. Irgendwas. Und ja. So in der Art. Ja, da wieder. Ja, dieses Luftschiff hat wohl. Eine Schraube locker. Muss ich da gerade feststellen. Ja. Und komm schon. Jetzt ist es nicht weg. Okay. Diese Feuer gehen mir ab den Sack. Denn bei mir ist es genug warm. Leute. Ich bin gestorben. Hab ich sonst noch was hier? Ja klar, ich nehme mir den Frosch. Auf jeden Fall. Na, einen Pilz. Nehmen wir den. Ich glaube, der könnte uns ein bisschen, wissen Sie was? Damit ich nicht überall durch muss, mache ich einfach das so so. Und dann geht es hier weiter. Und dann geht es hier weiter. Ja. Ja. Da wird unsere gelockerte Schraube. Mit diesem Supersaudier. Mit dem Ding, 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 Ding. Entschuldigen, Leute. Entschuldigen Sie mich bitte vielmals. Ich will doch nichts machen, was ihr nicht wollt. Es macht mich so traurig. Ja, Leute. Tut mir leid, dass ich heute so komisch drauf bin. Ich bin wieder besoffen auf Drogen. Aber heute bin ich wirklich total bei der Sache. Fast. Und so viel. Da bin ich wirklich so super cool drauf. Da kann ich einfach nichts anderes als zu spinnen hier. Und ja. Und das finde ich total cool, dass hier schon die Röhre ist. Denn wir haben hier, ähm. Ja, du. Handst mich mal hier. Tuck. Tuck, 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 tuck. Na toll. Da lasse ich mich doch tatsächlich noch. Ja. Hahaha. Ich dachte schon, dass das wäre mein Ende. Ja, entschuldigt. Ich bin leider ein bisschen erkältet, aber viel Husten. Verstopfte Nase. Die Nase läuft auch. Weißt du noch nicht, wo sie hin will? Aber ja. Who takes heaven, I am back to me all self again. Thank you so much. Hier is a letter from the princess. Ja, also gib her mit dieser. Huuu. Entschuldigt. Ja, dann würde ich sagen, wir sind doch hier. Nicht mal weiter. Oder wollen wir jetzt erst schauen, was da ist? Mal schauen, oder? Ja. 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 Toll. Hahaha. Entschuldigt. Was mal, bitte? Ist hier Röhren-Action, oder was haben wir hier? Oh. Das kommt mir sehr bekannt vor, irgendwie. Kein Pilz. Hör so, kein, nein, Pilz. Das finde ich ja mal sehr asozial. Ja, komm, geh weg. Nein! Baaah! Und ich komme nicht mal die Röhre hoch. Wie doof muss man sein? Wie nass muss sein Waschlob sein, dass er nicht hochkommt. Oh. Na Leute, wollen wir das riskieren? Ja, ich brauche Items. Ah, ich habe Items. Ach so, nicht Items. Ein Items. Aber eines ist mir schon genug. Da, müssen wir bitte auf die Seite gehen. Danke. Und weg. Und ich hoch. Und boah. Soll ich doch tatsächlich gleich springen? Hör. Nein! Ah, Leute. Leute von heute. Wie ich mich hier wieder anstelle. Unglaublich sowas. Und dann gehe ich da hoch. Ja, und soweit ich mich erinnern kann, dass wir nicht so schön... Schlechte Idee. Dann gehe ich doch da hoch. Da hoch. Da hoch. Da hoch. Und die Röhre hinauf. Und dann sind wir so gut wie am Ziel. Nein, ich will ein Stern. Ja, ein Stern. Und bekomme ein Pelz. Toll. Na ja. Das ist nur halb so wild. Ja, Leute. Wirklich langsam kommen wir zum Ende. Meines allerresten Let's Plays. Wir sind hier... in der vorletzten Welt. In der siebten und blödesten glaube ich auch. Ich glaube, die hat es auch in sich. Wenn ich mich da nicht irre. Ja, wir werden sehen. Und dann kommt die achte und entscheidende Welt. Mal schauen, wie das so funktioniert bei mir. Dann die achte Welt. Aber eigentlich schade, dass dieses Playbad vorbei ist. Klar, ich kann sagen, Hurra. Das erste Let's Play ist zu Ende. Aber ich will eigentlich gar nicht, dass es zu Ende geht. Eigentlich will ich immer weiter und weiter spielen. Aber es wird garantiert nicht mein Let's Let's Play sein. Nein, ich habe noch sehr viel vor. Zum Beispiel... Oh, Moment. Das will ich anschauen. Zum Beispiel... Ist da weiter? Nein, da gehe ich wieder hoch. Ja, was plane ich? Super Mario Galaxy? Super Mario Galaxy 2? Da, komm. Nicht auf einmal oder gerade direkt nacheinander. Nein, das wäre ein bisschen doof. geplant. Aber sie werden kommen. Garantiert. Zu ein zu ein Million Prozent. Wenn ich noch mehr kann ich da hoch. Nicht? Schade. Und was habe ich noch geplant. James Bond der Legends. Legends? Sag ich noch so Legends? Die Legendin halt. Das wird kommen. So, kommt. Special Force wird auch kommen. Ich dachte, das funktioniert. ich will mich von hier nicht treffen lassen. Das wird sicherlich kommen. Und dann noch Super Mario Bros. 1. Mario Wii U weiß ich nicht. Ja, toll. Jetzt habe ich den schon. New Super Mario Bros. Wii U weiß ich noch nicht, ob ich das machen werde oder nicht. GTA 5 vielleicht auch noch. Das weiss ich aber nicht. Das musst du jetzt anschauen. Ist das Let's Play tauglich? Von meiner Seite her. Oh ne. Und ja. Der Stoff geht mir sicherlich nicht aus. Und wenn mir ausgeht, dann kann ich noch mehr Emulatoren herunterladen. Neue Games kaufen, die noch interessant sein können. Ein spezielles Star Wars. Hey, ich wollte gar nicht mehr rutschen. Ein spezielles Star Wars. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr aus. es ist doof. Aber ja, wieso kann ich mich nicht mehr bewegen? Ja, Leute, ich kann mir gleich wie. Ja, Leute, da bin ich auch schon wieder. Ich hatte da gerade ein kleines Problem. Entschuldigung, ich muss ja, so, jetzt ist gut. Ich muss nur schnell mit der Klau-Maus draufklicken und dann ist alles wieder gut, würde ich mal behaupten. Diesmal bekomme ich dich. Wo waren wir? Eben, bei meinem Let's Play Misti ich noch machen werde. Ich habe so viele Spiele. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Plante ist auf jeden Fall genug. Ach, Mensch. Wie gesagt, ich werde nicht aufhören. Egal, ob ihr das wollt, dass ich nicht aufhöre, oder nicht? Das spielt mir eigentlich keine Rolle. Ja, dann hoch und oh nein, 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 Lucky das tust du. Ach, er tut's, aber ich kann da. Ja, Leute, 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 Gott sei Dank, da waren wir jetzt eigentlich der Sch- Schnurz, egal. Ähm, was ich sagen wollte, wisst ihr eigentlich, aber ja, dann würde ich sagen, machen wir noch das hier und ja, nein, aber verfolgt mich doch weiter, ihr werdet sonst wahrscheinlich viel verpassen. Ja, und ja, das war's auf jeden Fall für heute. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch bitte einen Daumen hoch, wenn nicht, dann einen Daumen runter, und wenn Daumen runter, dann wisst ihr da, was ihr tun sollt, und ja, vielen Dank für's Zuschauen, und Leute, dann auf jeden Fall bis dann, und bye bye.